Soll das wirklich Juli sein, fragt sich so manch einer beim Anblick des kühlen und windigen Schauerwetters. Doch ist dieser Juli im Vergleich mit anderen Julimonaten bisher wirklich so schlecht? Die Sonnenstunden lassen wir in Köln durchaus zu wünschen übrig. Von den maximal möglichen 15 Stunden gab es teilweise noch nicht einmal 5 Stunden Sonne pro Tag. Der Vergleich mit dem vergangenen Jahr zeigt aber, dass es durchaus ähnlich oder sogar noch schlechter geht. Immer wieder sind jedoch auch sonnige Julimonate mit dabei, wie dieser hier 2010. Bei 35 Grad und mehr kamen da allerdings viele ins Schwitzen. Davon sind wir derzeit weit entfernt. Trotzdem liegen wir rein von den Temperaturen her gesehen mehr oder weniger im Durchschnitt des langjährigen Mittels. Leicht unterkühlt, hier in den blauen Tönen dargestellt, ist es lediglich im Westen. Ins Auge fällt vor allem die Wärmeblase in Osteuropa, wo der Monat mit Höchstwerten von 40 Grad und mehr bisher sehr heiß und trocken ausgefallen ist. Über wenig Niederschlag können wir uns bei den durchziehenden, teils kräftigen Schauern im Juli nicht beklagen. Bisher ist die Niederschlagsmenge deutschlandweit leicht überdurchschnittlich. Vor allem fällt auf, dass es wie hier in Stuttgart kaum längere trockene Phasen gibt. Dies hat natürlich den Vorteil, dass nicht zu viel gegossen werden muss. Äußerst ungünstig ist es hingegen für die Heuernte, da es für die Bauern kaum möglich ist, das Heu trocken hereinzuholen. Untertitelung des ZDF, 2020